Servus! Servus! Köringking! Tätk! Was ist das für Scheiße? Ich will nach Hause gehen! Willst du nach Hause? Wegen Regen, wir sind total nass! Total nass bin ich! Leck mich doch mal! Montag krank schreiben! Nichts Arbeit! Bist morgen Montag krank, gell? Ja, alles nass! Ich bin voll nass, Alter! Aber der will nicht anrufen, dass wir nach Hause gehen oder andere Baustelle! Hast du? Nein, gut! Andere Baustelle geht nicht, ich bin nass, ich will nach Hause gehen! Ich bin schon langsam krank, halt! Ja! In Freising, da haben wir eine Baustelle, die ist innen drin! Weißt? Innen drin! Ja! Aber wir arbeiten in München, draußen wo es regnet! Noch bisschen und kündigen geben, Alter! Weg mit dieser Firma, Scheiße! Diese Firma ist dann ein gut! Ist dann ein gut! Diese Firma ist scheiße! Beschissene Firma habe ich noch nie gesehen, Alter! So ist das! Beschissene Firma hast du noch nie gesehen! Was ist da drin? Was ist das? Was ist das? Es ist Zeit für eine Pause! Es ist Zeit für eine Pause! Wir haben noch nicht, wir haben noch mehr Fragen aus der Welt des Sports zu beantworten! Wir haben noch mehr Fragen aus der Welt des Sports zu beantworten!